Hallo und herzlich willkommen zurück zu Homefront The Revolution, einer weiteren Folge. Wir befinden uns hier im Tunnel. Und ja, eine neue Aufnahmesession. Es ist relativ früh, wo ich das Ganze aufnehme. Wir haben 7 Uhr und ich bin so ein bisschen im Aufnahmerausch. Das muss ich sagen, denn ich habe mir ein bisschen was vorgenommen. Ich schaue nochmal eben auf die Karte. Denn ich muss ja noch, ich muss ja, wie war denn jetzt das raus und ran zoomen? Hallo? Achso. Ich muss nicht nur Homefront aufnehmen, ich muss auch 7 Days to Die weiter aufnehmen. Und heute Abend ist es Sonntag und ich muss heute Abend auch im Live-Let's Play, habe ich mir vorgenommen, Heavy Rain zu spielen. Und später kommt dann irgendwann auch Beyond Two Souls, also zwei weitere Spiele, die hier auf dem Channel noch kommen werden. Das wird lustig, das wird sehr viel, denn das sind dann quasi insgesamt vier Projekte, die ich am Laufen habe. Und ob ich das alles unter einem Hut kriege, weiß ich nicht. Naja, wie denn auch sei, kurze Info nur für euch so gewesen. So, wir waren hier gewesen, hatten die alles gekleert gehabt und jetzt sind wir dann hier auf dem Weg. Ich würde sagen, ich würde, würde vor allem mit W und Ö. Wir gehen erstmal hier zu der Mission und wir befinden uns immer noch hier in der, in der City und müssen ungesehen bleiben. Ich will auf jeden Fall jeden, jeden Bezirk klären. Also das auf jeden Fall. Das definitiv. Ich war, achso, okay, ich muss jetzt mal die Steuerung reinkommen. Es war so ein bisschen, Es war in der letzten Zeit ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wie gesagt, ein leichtes Päuschen gehabt. Und um die anderen Missionen freizuschalten, müssen wir ja dieses Herzen und Gedanken, oder wie sich der Schimpf der, machen. Da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, da kommen wir, ich versuch's mal da lang. So, tralalalala. Erstmal hier Müll durchsuchen. Okay. Ja, ja, verschwinden. Ich bin doch schon weg. Achso, apropos, ich muss mal eben kurz gucken. Können wir hier was Neues bauen? Nein, uns fehlen noch immer noch die, die Ressorts. Nein, steck doch. Wie steck ich das denn nochmal weg? Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das wegstecke. Ah, okay, Dreieck. Okay. Es ist schon so, wenn man so... Kleinen Moment. Es ist, es ist immer so, ich muss so kurz husten. Ähm, wenn man so mehrere Spiele spielt, ich weiß nicht, ich hatte es glaube ich schon mal erzählt, dann ist es immer so, man muss sich erstmal einspielen. Wenn man nur ein Spiel spielt, dann weiß man die Tasten natürlich schon sofort. Beim Shooter ändern die sich jetzt nicht so viel, aber man muss trotzdem natürlich erstmal reinkommen, wenn man mehrere Spiele spielt. Und, ähm, das muss sich jetzt ja auch. Und wenn man eine längere Pause hat natürlich. So. Okay. Cool. So, hallo mein Freund. Dann gucken wir doch mal. So, gleich da. Hey. Türsteher. Das ist übrigens der Türsteher. Der heißt so. Erstmal klingeln. Die Tür hat überhaupt keiner aufgemacht, aber trotzdem kommen wir rein und müssen klingeln. Ja, okay. Uah, Alter. Schreck mich doch nicht so. Aha. Schließe Aufgaben für den Widerstand ab und verdiene dir zusätzlich Geld. Ja, das machen wir. Hallo, meine Freunde. Wie böse der guckt, ne? Ist schon... Was ist denn da raus? Wir dürfen keine Gnade zeigen. Hm, 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 hm. Du kannst gehen. Ich könnte ein Drink vertragen. Oder zehn. Äh. Okay. Brady, gute Arbeit dort draußen. Ich brauche... Yeah. So. Das hätten wir. 100%. Yeah. Missionen, Herz und Gedanken. Abgeschlossen. Die mich jetzt erfordern. Brady, hier spricht Burnett. Du musst zu mir in die Klinik kommen. Sie ist auf deiner Karte. Ich will, dass du siehst, was du getan hast. Okay. Er möchte, dass wir sehen, was wir getan haben. Das machen wir gleich. Ich nehme aber erstmal das Radio hier mit. Hier ist ein Radio. Na, hallo. Hallo. So. Warum geht das immer wieder weg? Das ist so nervig. Hm. Ich fordere, dass du die Treue in Entry geöffnet hast. Davon musst du mir irgendwann mal erzählen. Ja, ja, ja. Okay, dann nicht. Äh. Okay, es ist... Es ist Nacht geworden. Jetzt schaue ich nochmal eben schnell auf die... Auf die... Auf die Map mal eben. Ah, jetzt haben wir natürlich die anderen Missionen. So. Musst du nochmal husten. Ey, weiß gar nicht, was los ist. Jetzt können wir natürlich die anderen Missionen machen. Die machen wir auch direkt. Ähm. Polizeistation. Die machen wir jetzt erstmal als erstes. Da haben wir noch... Warte mal, hier haben wir noch eine Radio. Haben wir das? Haben wir das schon? Da oben ist das. Gucken wir mal. Alter. Uah. Okay. Es ist, äh... Wir haben eine SMS bekommen. Von Parrish. Oder was? Von Nur? Ne, von Nur war es, glaube ich, ne? Parrish scheint dir wirklich zu vertrauen. Das heißt nicht, dass ich es tue. Aber ich denke... Du hast als... Du hast dich als fähig erwiesen. Und das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. Boah, was ist denn hier los? Okay. Machen wir mal die Taschenlampe an. Wie komme ich denn da oben hoch? Boah, hier ist voll der Aufstand gerade. Ja, ja. Geh mir Seite. Ich versuche mal mein Glück. Ich versuche mal die Leiter raufklettern. Erstmal die Leiter raufklettern. Ah, hier ist das Radio. Sehr schön. So. Ich glaube, wir haben den Aufstand angezettelt. Den wir in den letzten Folgen ja, glaube ich, äh... Beigebracht bekommen haben, dass wir das machen sollen. Schauen wir mal eben schnell auf die Map. Warte mal. Ähm... Genau. Dann können wir nämlich jetzt... Ich glaube, wir machen erstmal die Polizeistation. So. Weil jetzt haben wir ja die Mission frei dafür. Bevor wir jetzt, äh... Zur Klinik gehen und mit Burnett sprechen. Würde ich sagen... Clearen wir erstmal das Gebiet. Wir schießen in der Caveaway. Äh, was ist das denn hier? Achso, das ist die Polizeistation. Uah. Huch. Das ist die Polizeistation. Achso. Hier war ich ja noch gar nicht gewesen. Oh Gott. Bist du verrückt? Ich räume schon auf. Aber lass mich erstmal in Ruhe die Lage checken. Hier komme ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt überhaupt in die Polizeistation generell kommen. Und ob wir erstmal... Okay, hier scheint es nicht rein zu gehen. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Aber wie geil das immer noch aussieht. Das ist der Hammer. So. Nee, lass mal. Das brauchst du nicht. Das mache ich schon. Sie meinte gerade, gib mir eine Waffe und wir ziehen sofort... Oder ich ziehe sofort in den Krieg. Äh, ich werde gesehen. Ah, hier, guck mal. Können wir auch machen. Das ist ja auch eine Nebenaktivität, die neu hinzugekommen ist. Hingegen im anderen Gebiet. Boah, wie kommen wir denn in die Polizeistation rein? Ich glaube, ich weiß wie. Benzindepot, aha. Da oben sitzt ein Sniper. So, wir probieren das mal hier mit dem Benzindepot. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ob das reicht, denn wir... Na, super. Ganz toll. Na. Verdammt. Na, alter. Alter. So. Oh, wir haben kaum noch... Was ist das denn hier? Kann ich hier den Alarm abschalten? Oder was ist das hier? Hör. Boah, hör auf, alter. Oh nein, Mist. Oh nein, da habe ich jetzt... Oh Gott, kritisch verletzt. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Dann müssen wir das Ganze nochmal neu angehen. Ist ja nicht... Ist ja nicht tragisch. So. Ach, guck mal, hier ist ein Radio. Nehmen wir doch direkt mit, wenn wir oben wie ich sind. Aua. Also ich will das definitiv nochmal ausprobieren. Das ist, äh... Natürlich ein bisschen ungünstig jetzt gelaufen. Ist aber jetzt nicht so schlimm. So. Warte, 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 warte. Ich sehe gerade hier Radio. Radio. Video killed the Radio star. Video killed... Das ist bestimmt hier oben. Wie komme ich denn da hoch? Kann das... Kann das sein, dass ich das so machen muss? Okay. Na toll. Dann machen wir das halt so. Yeah, haben wir das Radio auch schon mal? Sehr cool. So. Alter, das Spiel ist mega laut, ne? Ich hoffe... Ich hoffe, man versteht mich. Ich hoffe... Ich habe eine Testaufnahme. Ging es eigentlich? Guck mal, da oben. Weil ich würde schon gerne schleichend da reingehen. Scheiß auf die KVA. Die können nix. Okay, da ist jemand. Mal gucken, ob das klappt. Schauen wir mal. Okay, der ist schon mal weg. Ist doch keinem aufgefallen, glaube ich, oder? Nee. Das ist schon mal gut. Was kann ich denn hier machen? Ich konnte doch hier gerade irgendwas machen, oder? Scheiße. Wir wurden schon wieder gesehen. Das gibt es doch gar nicht. Verdammt. Oh, und jetzt kommt der schwergepanzerte schon wieder. Oh nein. 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 Das wird böse. Hör, duck dich doch. Alter. Ja, komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Zeig dich. So. Wo sind die anderen? Die sind wahrscheinlich oben, ne? Ja, war klar. So, den haben wir. Na. Hör auf, lass das. So. Bisschen Muni mitnehmen. So, warte mal. Das muss ich hier erstmal zerstören, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Er läuft. So. Ähm. Was, was, was war das? Ah, hier. Oh, Netzteil. Hm, okay. Ja, ja. Hier ist irgendwo noch so ein Kasten. Das steht wahrscheinlich... Ah, der steht wahrscheinlich da hinten. Wie lustig die hier sitzen, wenn man die hier schießt, ne? So, warte mal. Hinter sind auch noch so Sachen, die wir sabotieren können. Oder ist das hier unten drunter? Ah, wir müssen bestimmt die Benzintanks zerstören. Ich seh das gerade. Warte mal. Ja, ich glaub, wir müssen die Benzintanks zerstören. Okay. Das kriegen wir. Aua. Ich werde angeschossen. Ich sollte ganz schnell oben... Äh, nee, das ist unten. Ah, fuck. Ich muss den... Nein. Ich glaub, ich muss an den Computer dran. Aber das geht nicht. Warum geht das nicht? Warum... Doch, jetzt... Ah. Benzin. Transportfabrik. Anlage gesichert. Ganz schön hektisch, irgendwie. Sehr schön. So. Das Spiel... Sp... Hallo? Ich, äh... Ähm... Ah, jetzt. Das schon mal, kann ich mich nicht bewegen. Das Spiel speichert immer eine Stelle. Ja, ja. Hallo Jungs. Hallo Mädels. Sehr schön. So, aber... Die Frage besteht immer noch, wie kommen wir zu der Polizeistation? Die Frage immer noch ist, äh... Wie kommen wir in die Polizeistation? Oder ist das die letzte Mission? Ich muss unbedingt mal dieses... Dieses... Oh, wie schimpft sich das nochmal? Oh, ich hab schon wieder Post, seh ich gerade. Warte mal. Kann ich mir eben aufs Teflon schauen. So, da. Von Parrish. Ähm... Ähm... Das ist mega... Oh, guck mal. Ah, guck mal hier. Ganz viele Sachen zum Sammeln. Sehr schön. Kriegen wir nämlich ein paar Bauteile. Also... Ja.